mann dann machen wir das ultimative da ist normal nie was drin oh eiken den angriff will ich euch zeigen oh nein oh mein der ball geht ins tor aber es gibt eikball der ball geht ins tor aber es ist ein der ball geht ins tor aber es ist ein Just to hear things, just to hear things. Oh mein Gott, jetzt quittet er aber. Was war denn das für ein Tor? Boah, der Goal! Great Expenses sind gestört. Wenn es einer sich verdient hat, wenn es sich einer verdient hat, dann 100% du. 100%. Ich zeig ihn jetzt, okay? Nicht erschrecken. Ich zeig ihn jetzt. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Also, muss ich noch Wörter sprechen, oder? Und ich mein, schade euch das. Also, ne? Das kommt alles ins Review. Lull. Was? Carlos Alberto mit dem Tor. Carlos Alberto mit dem Tor. Carlos Alberto mit dem Tor. Oh bleib ich, Oma. Jetzt zählt er wieder. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber ich mein Gott! Messi du tu me 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 tu me… ceğimllis! Neiser! Der Mann des Tages! Guck ihn dir an. Kommt hier einfach rein und entscheidet das Spiel für sich alleine. Jetzt mit ner Traumvorlage Och, allerletzte Pack und dann war's das Och ne Icon Sieht drauf Das ist, was? Was? Das hab ich nicht gecheckt, das sind Moments, alter! Und das Pack hab ich mit Coins aufgemacht, holy shit, alter! Seedorf Moments, holy moly, alter! Oh, nehm, ach! Ne, weil's zwar nichts mehr wert, aber ich wollt' ihn unbedingt haben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so guuuut! Miesendachi, ich hab ein Miesendachi! Booyah! Man muss manchmal einfach geduldig sein! Ich weiß, Tizi! Oh, 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 oh! Frisch raufgekommen! Den nehm ich mit! Ich weiß, Tizi, die haben 14 Millionen bezahlt für ihren Pelé vor ner Woche oder so! Man muss geduldig sein! Bis zum nächsten Mal!